Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies. In diesem Video wird es um CureVac gehen, denn die sind gerade richtig unter Druck. Ihr könnt das hier schon sehen, sie sind aktuell bei knapp minus 50%, also einfach halbiert innerhalb von ein paar Minuten, denn es kam um kurz nach 23 Uhr eine ziemlich schlechte Nachricht für CureVac, denn CureVac hat in der Pflichtmitteilung mitgeteilt, dass der Impfstoff, also der Wirkstoff, nur eine Wirksamkeit von 47% hat. Und das entspricht nicht mal den statistischen Anforderungen, die es gibt. Das heißt also, es gibt dort spezielle Kriterien und denen entspricht das nicht mal. Da man jetzt natürlich sagen muss, CureVac wird eigentlich nur mit dem Impfstoff verbunden, macht jetzt das Geld oder das Geld, was jetzt reinkommen sollte, sollte eigentlich über diesen Impfstoff reinkommen. Der Kurs wurde deswegen auch so hoch, ich sag mal nicht unbedingt direkt gehypt, aber der Kurs wurde deswegen natürlich auch so extrem hochgetrieben. Und jetzt kommt einfach diese Nachricht, dass das Ganze so zumindest nicht passt. Man hat jetzt auch nochmal gesagt, dass man natürlich auch noch weiterhin Studien machen wird, dass das Testergebnis also auch noch sich verändern kann, auch natürlich in den Bereich nach oben. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze dann noch unwirksamer wird, dann in den nächsten Studien. Das heißt also, insgesamt hatten wir CRE sehr, sehr schlechte Nachrichten. Wir können das hier im Chart schon sehen. Wir hatten hier einen Hoch, dann hatten wir einen ziemlichen Absturz. Das lag unter anderem daran, dass erstmal Jens Spahn wohl gesagt hatte, dass der Impfstoff nicht mehr vor August zugelassen wird. Und da war die Betonung wirklich auf nicht vor August, was natürlich schon extrem viel Geld gekostet hätte, weil man halt einfach sagen muss, da hätte man zwei Monate dann weniger Gewinn gemacht. Eigentlich war nämlich Juni beziehungsweise Juli geplant. Und dann muss man einfach noch sagen, dann gab es die nächsten schlechten Nachrichten, dass Jens Spahn dann in dem Fall auch wieder nicht den Impfstoff in die aktuelle Impfkampagne einplant. Da muss man natürlich dazu sagen, das hätte sich natürlich auch ändern können, wenn da sich jetzt irgendwie fundamental relativ schnell was geändert hätte. Dann hätte man sicherlich diese Impfkampagne noch umändern können. Dann hätte man CureVac sicherlich reinnehmen können. Allerdings muss man einfach sagen, zweimal schlechte Nachrichten und dann jetzt direkt diese Nachricht. Das ist natürlich ziemlich schlecht. Ich muss natürlich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es morgen früh aussieht. Wenn ihr das Ganze jetzt seht, bei mir ist das jetzt gerade knapp minus 50 Prozent. Das ist jetzt 23.30 Uhr. Die Nachricht ist um ungefähr 23.10 Uhr rausgekommen. Wir waren auch zwischenzeitlich schon bei minus 54 Prozent. Dementsprechend kann es natürlich jetzt hier auch relativ offen vom Chart her sein. Wir gucken uns jetzt den Chart auch direkt mal an. Wir sind hier gerade bei 46 US-Dollar 82. Haben hier unter anderem eine Unterstützung bei 45 US-Dollar 82 und hier bei 42 US-Dollar 81. Es wäre auch durchaus vorstellbar, dass wir uns dann in diesem Bereich hier aufhalten. Jetzt gerade ist hier noch eine Unterstützung. Sollten wir auch diese beiden Unterstützungen bei auch knapp 42.80 und 45.80 dann nach unten durchbrechen, könnte es auch durchaus sein, dass wir in Richtung 36 US-Dollar gehen. Nächster Widerstand wäre dann bei knapp 56 US-Dollar. Nur ich muss ehrlich sagen, mich persönlich zumindest stimmt jetzt nichts wirklich positiv. Wie schon gerade gesagt, alles hängt eigentlich an diesem Impfstoff ab. Dieser ganze Kurs, den man einfach auch selber hat, hängt eigentlich komplett an diesem Impfstoff. Und wenn das jetzt nicht so läuft, wenn das Ganze, wie es jetzt gerade ist, alles für die Katz ist, dann wäre es halt einfach extrem ärgerlich. Natürlich auf der einen Seite ärgerlich fürs Unternehmen, aber natürlich auch einfach gewinn- und umsatztechnisch eine absolute Vollkatastrophe. Und deswegen sehen wir hier auch diesen extremen Abfall. Es ist ja letztendlich nicht nur eine kleine schlechte Nachricht, dass man vielleicht ein bisschen weniger Gewinn hat, sondern jetzt gerade steht ja im Prinzip alles auf der Kippe. Wenn ich mir jetzt den Kurs angucke, dann könnte man jetzt eventuell noch vielleicht sagen, morgen kommen wir in diesen Bereich bei 47, 48 US-Dollar, haben wir den Börsenstart. Dann geht es vielleicht sogar noch in Richtung 56 US-Dollar. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so schnell hier wieder hochgeht. Habe ich ja gerade schon gesagt. Vor allen Dingen nicht wieder, wenn man hier die Gap dann schließen will, hier zumindest in Richtung 84 US-Dollar. Das glaube ich zumindest fürs Erste nicht. Dazu müsste dann einfach wahrscheinlich eine Nachricht kommen, dass die Wirksamkeit einfach um einiges höher ist. Ich weiß nicht, wie so ein Impfstoff aufgebaut ist. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das überhaupt möglich ist oder ob man dafür irgendwas ganz neu machen muss oder ob man da irgendwie noch was drehen kann. Allerdings denke ich, solange so eine positive Nachricht nicht kommt, ist es jetzt gerade sehr, sehr unrealistisch, dass wir hier wirklich wieder über diese 56 US-Dollar kommen. Wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne abonnieren und liken. Da freuen wir uns immer drüber. Wir haben auch einen Discord und da könnt ihr auch gerne drauf kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.